Ich bin der Xeno, bin 26 Jahre alt, arbeite für das Haus Eppli, das ist ein Auktionshaus und heute unterstütze ich die Ursula Diehl bei dem Fotoshooting mit Sandy. Also wir haben den Jens Achtert oft unterstützt in diversen Locations und in Kombination mit Azore Esmaeli, der jetzt momentan wieder sehr berühmt geworden ist, durch auch ihre tollen Fotografien. Ich schätze den Fotografen sehr, weil er sehr genau, detailliert und mit viel Kreativität an seine Arbeit rangeht. Die Sandy gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil sie sehr clean im Erscheinungsbild ist. Es ist eine schöne leere Leinwand, auf der man ganz tolle Bilder kreieren kann.